Hallo, 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 der Emero hier, mal wieder nach, hast du nicht gesehen, wie lange Zeit mit Portal 2. Wir wollen das Spiel fortsetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade verflucht leise ist, deswegen muss ich da gleich erst nochmal über die Einstellung gucken. Wenn es lädt. Oh, es will gar nicht laden. Okay, das war's mit Portal 2 für heute. Nein, da geht's los. Ah, da ist ein Ladebalken. Schön. Na komm, lad schneller. Lad dieses Spiel doch bitte etwas. Oh, das ist anstrengend. Hallo. Ach, dieser Raum war das, okay. Kann man das Spiel ein bisschen lauter machen? Audio? Buff. 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 Fertig. So, ich muss zugehen, wir haben ja hier gestoppt und ich habe diesen Raum bis heute nicht alleine verstanden. Ich habe ihn mir erklärt lassen müssen, so peinlich das jetzt klingt. So, der funktioniert nämlich so. Das. Drops. Hey, mach das. Mach das. Weg. Weg. Ach du Kacke. Ich bin so eingerostet, was das Spiel angeht. Also, nochmal. So. Und wenn der Schlodder da drüber ist, machen wir es weg. Danke. Ähm... Jetzt haben wir hier Schlodder. Funktioniert das? Hey, das funktioniert wirklich. Wie gut. Oh, wow. Ähm... Schlodder. Wir wollen vor dem Schlodder da rüber. Uh, wo ist der? Wo ist... Da ist Schlodder. Hallöchen, Schlodder. Ähm... Hochfahren. Hallöchen. So. Jetzt willst du zurück. Und dann... Na komm, geh zurück. Ich hoffe, ich habe das jetzt verstanden. Dann, wenn der ganze Schlodder da ist... Ups. Will er da rein. Mensch, das ist so schwierig, nicht? Wow. Rums. Hey. Das wäre erledigt. So. Dup-bi-dup-bi-du. Didu-di-du. Und wenn ich ganz oben bin... ...mache ich sowas? Und wegen diesem lustigen Gehl... ...springe ich... ...ganz weit. Wie schön für dich. Hui. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich... ...und sollte doch wegen des Testabzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Also, ja, wie gesagt, der Raum wurde mir erklärt, weil ich es auf Verrecken nicht rauskriegen wollte. Und ab jetzt geht Portal 2 blindelig-blind weiter. Und ich werde mir den Arsch beißen. Ich sehe es kommen. Ich werde mir wieder den Arsch beißen. Also... ...das Ende wurde mir dank einiger Zuschauer... ...das kann man inzwischen schon sagen. ...die platzt schon fast vor Neugierr wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Zwei Kammern. Ja, wie gesagt... ...die wird vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Ist ja okay. Ähm... ...das Ende, beziehungsweise die Lösung des allerallerletzten Rätsels... ...wurde mir netterweise mehrfach schon im ersten Video gespoilert. Ähm... ...deswegen ist das für mich nichts... Wie sieht das denn? Das ist doch nicht alles. Oh, ich muss den in der Luft auffangen. Ich sehe es gerade. Aaaaaah! Du Arsch! Äh... Wow! Wow! Na, welche beiden Double gemeint sind? ...die der Tiefe entdeckt. Meine Erfindung zum Ausrüst an menschlicher Testsugjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches. Nur eben... ...du hast mich schließlich getötet. Ähm... ...ah! Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Oh, cool! Hallo! In diesem Teil bringe ich dich um! Hier tötet er dich! Und dein Geist ist plötzlich. Ich hatte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte... ...ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele... Nein, 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 nein! Mach das nicht! Stell dich hier hin! Maschine an, Maschine an, Maschine an! Ups! Ich bin irgendwie entkommen! Nee, nee! Geht nicht! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Haha! Wer ist klar? Als ob! Ich laufe! Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde! Und ich sagte, komm zurück! Und du sagtest, ja, Mann, kein Problem! Und dann kamst du zurück! Wo sind diese Zeiten nur hin? Und die sind... Wow! Da geht's! Shit! Ha! Ah! Okay! Das hat sich mal wieder länger gezogen, als es hätte gemusst. Ja, ich komm nicht zurück! What the... Ja, ja, du kleine Nietzsche! Ich hab... Schön! Mögen die Spiele beginnen! What? Ah! Oh, ich bin so blöd, ne? Also, ich... Ich hab echt... Äh! Wupf! Ein ziemliches Brett vor dem Kopf! Mögen die Spiele beginnen! Wow! War das jetzt echt das letzte Rätsel dann so gesehen? Und jetzt will er mich tot sehen? Alter! Okay! Nö! Ja! Ist... Cool! Wahnsinnig! Lustig! Super! Danke! Lass mich raten! Irgendwie sowas! Todesfalle! Ah! Äh... Nö! Sie bringen dich in aller Stille um! Vermutlich! Würde ich mir so denken! Stirb! Stirb! Vielleicht haben die Türme gelernt... ...ein Eisen zu verwenden! Das wäre eine Erklärung für das Extrem... ...wiese Töten, das ich höre! Stirb! Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist... ...stampf einmal mit dem Fuß auf! Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen! Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist! Also nochmal zu mir schreiben... ...stampf! Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen... ...wenn du tot bist, vergiss das Stampfen! Ha! Flog denn gerade dein von Kugeln durchsiedener Körper aus dem Raum! Wow! Alter! Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch... ...und für die Hand. Uwe, Dame, König, Ass. Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Ja. Jetzt neue Geschütztürme! Voll funktionsfähig! Ein Mau-Mau-Vierling! Unschlagbar, glaub ich. Das war's für euch! Und für dich! Danke! Oh, was ist da denn? Was ist denn da? Komm ich da auch hin? Will ich da? Oder... ...will ich... ...komme ich? Moment! Ah! Ich bin so blöd, ne? Es ist so unglaublich, wie... ...dumm ich manchmal... ...bin. So! Hüpf. Hm, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Ja. Aber auch dumm. Wie Klingelband. Wisst ihr? Uh. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Hm? Das Ding seh ich. Ha. Hallöchen. Ähm. Ich mach's mal so. Und so. Ach, fuck. Ach, fuck. So. Das tötet mich jetzt. Komm. Homes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stamm von Aristoteles. What the? Still. Halt mich bitte. Nein! Gold! Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Dieser Typ. Oh. Oh. Ist dir was kaputt gegangen? Nö. Gar nicht. Nein. Hüpf. Hallo? Hallo.